Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Himmelsbotschaft am 6. Oktober 2017 Wir bekommen heute eine Nachricht oder kommt eine Information auf uns zu. Und wir sollen achtsam sein und genau überprüfen, genau hinhören, was bedeutet diese Botschaft. Ist es wirklich die Wahrheit? Will jemand etwas vortäuschen? Oder versucht jemand uns zu falschen Ideen bringen oder uns sogar auf einen falschen Weg lenken? Wir brauchen gerade die Klarheit. Viele Menschen fühlen sich müde, erschöpft, kraftlos. Ein bisschen Geduld noch, diese Kraft kommt wieder. Neuanfang Es sind Hindernisse da. Wir sollen das auch überprüfen. Von etwas trennen, etwas kündigen oder loslassen, weil das hindert momentan bei dem Neuanfang. Es ist keine leichte Aufgabe, aber es ist notwendig. Was uns hilft und weiterbringt, wenn wir fest daran glauben, was wir erreichen wollen. Und dieser Glauben gibt uns auch Kraft, Zuversicht und führt zum Erfolg. Natürlich glauben an Gott ist auch sehr wichtig, aber wir sollen auch an uns selbst auch glauben. Haben Sie Interesse, Ihren persönlichen Himmelsbotschaft zu erfahren, dann können Sie gerne als Blitzberatung buchen. Wie funktioniert ein Blitzberatung per E-Mail? Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung.denderasusannamedici.com Sie schreiben bitte dazu mein persönliches Himmelsbotschaft und ich werde das persönlich blitzschnell beantworten auf Ihren aktuellen Lebenssituation. Pro Botschaft kostet 10 Euro und ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich blitzschnell. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.